Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um das Thema Improvisation. Ich habe mal in einem vorangegangenen Video gesagt, keine Angst vor dem Improvisieren. Ich habe ein paar Rückmeldungen dazu bekommen und habe mich entschlossen, dass ich da noch mal einen eigenen Teil dazu mache, der sich mit dem Thema Improvisation beschäftigt. Gleich vorab, ob jetzt Railroading oder Sandboxing, ich möchte nicht sagen, dass der eine Spielstil jetzt unbedingt besser ist als der andere. Es ist eher die Frage, was bevorzugt man. In meinem Bekanntenkreis gibt es eine Person, die mit Railroading super gut klarkommt. Das heißt, der hat ein Buch nebendran liegen, liest das, orientiert sich an den Infostil da drin sind und setzt das in der Geschichte um. Das kann der fantastisch gut. Auch in einer Art und Weise, wo ich sage, ich fühle mich da jetzt nicht komplett eingeengt. Ich habe noch ein paar Freiheiten, aber man folgt sehr strikt diesem Pfad. Ich selber kann das gar nicht. Also, wenn ich ein vorgelegtes Abenteuer habe, dann kann ich mir das durchlesen, nehme mir da vielleicht Punkte raus, die ich mitnehme in mein Abenteuer, was ich dann schreibe. Aber mit so einem Buch nebendran leiten kriege ich zum Beispiel gar nicht hin. Dann haben wir auf der anderen Seite das Sandboxing. Das heißt, man gibt einen relativ großen Rahmen vor, in dem sich die Spieler dann sehr frei bewegen können, was sie als nächstes tun wollen. Das ist was, das kann man machen. Ich bin oft irgendwo dazwischen, muss ich sogar gestehen. Das heißt, ich habe schon irgendwie einen Plot im Kopf, irgendeine Geschichte, die ich erzählen möchte. Gerade für YouTube jetzt, wenn wir aufnehmen, so eine Let's Play Reihe, dann hat das schon irgendwie einen Hintergrund, dass wir eine Geschichte erzählen wollen. Zwar gemeinsam, die sich auch gemeinsam weiterentwickelt. Aber so einen groben Plot habe ich da schon im Kopf. Das heißt, die Spieler sind hier auch nicht völlig frei, sondern es gibt so einen roten Faden, der sich da durchziehen soll am besten, damit es für den Zuschauer auch interessant ist. In den Spielrunden selber hatte ich auch schon reines Sandboxing. Das war dann der Fall, wenn die Spieler bei mir vor der Tür standen und gesagt haben, wir wollen jetzt heute Abend zocken. Dann hatten die ihre eigene Agenda dabei und ich habe einfach nur noch auf das reagiert, auf was sie gemacht haben. Das heißt, sie wussten schon, wo sie hinwollen in der Stadt, welche Locations sie aufsuchen wollen, mit welchen Leuten sie reden wollen und haben schon einen Plan verfolgt, den die vorher abgesprochen hatten. Waren immer sehr schöne Abende, die daraus entstanden sind. Okay, jetzt aber konkret. Wie kann man sich beim Improvisieren Hilfen schaffen? Tipp für Einsteiger. Wenn ihr noch am Anfang steht, sagt ihr wart immer auf diesem Railroad-Fahrt oder ihr seid neu im Rollenspiel. Es macht Sinn, sich einen kleinen Rahmen zu überlegen. Man sagt, okay, ich nehme ein kleines Setting, was erstmal begrenzt ist. Das kann zum Beispiel ein Boot sein, was von A nach B fährt, wo die Spiele jetzt nicht so einfach runterkommen. Die Handlung, die sich dann abspielt, beschränkt sich auf dieses Boot. Dann kann ich das Boot relativ gut ausarbeiten, mit Plänen und so weiter, mit Besatzung, die da drauf ist und mit Ereignissen, die passieren auf dem Boot und kann dann so die Geschichte erzählen, die sich auf diesem Boot ereignet. Ich bin jetzt nicht in Gefahr, dass die Spieler auf einmal sagen, okay, ich gehe jetzt dahin und ich denke mir, jetzt habe ich aber so gar nicht vorgesehen. Das heißt, mit einem kleinen Setting, wie einem Boot. Es kann auch ein Zug sein, der von A nach B fährt oder wie bei LITAS, bei Lost in Time and Space. Da war es am Anfang ein kleines Raumschiff, das dann in einem großen Raumschiff andockt und da hatte ich dann diese beiden Raumschiffe mehr oder minder gut ausgearbeitet, um die Geschichte erzählen zu können. Das heißt, erster Tipp, kleines Setting, wenn ich anfange mit Improvisation. Nochmal ein Hinweis dazu, wenn ich jetzt in der Stadt spiele, zum Beispiel Land of Shadows spielt in New York, dann habe ich da auch nicht die ganze Stadt ausgearbeitet. Ich habe Teile davon ausgearbeitet. Das heißt, es gibt gewisse Locations. Da kommen auch je Abenteuer immer weitere Locations und Gebiete dazu, genauso wie NSCs. In jedem Abenteuer führt man da noch ein paar andere Charaktere ein und das wiederum kann man dann für die folgenden Abende oder Sessions verwenden. Was da extrem hilft, sind Name Generators. Einfach mal bei Google eingeben. Name Generator gibt es für Fantasy, gibt es für Shadowrun und in so einem Name Generator kann man schon mal relativ schnell Namen generieren für Locations. Da muss man die nicht alle im Kopf haben und da schon vorher auf eine Liste. Da werden meistens zehn Namen angeboten. Man kann auf Aktualisieren klicken und dann wird es eben aktualisiert und man kriegt zehn neue Namen. Das gibt es für Bars, Restaurants, Runner, Gangs. Da ist alles Mögliche schon mal drin. Das heißt, wenn man schnell drei Namen für drei Gänger braucht, die die Charaktere auf der Straße ansprechen, dann kann man sich das da rausziehen. Was ich mir auch noch gemacht habe, ist eine Namensliste mit 100 Vornamen, 100 Nachnamen, Vornamen männlich-weiblich, dass man da switchen kann, je nachdem, wen die vor sich haben. Und diese Namensliste ist Gold wert. Ganz oft sprechen meine Spieler Charaktere an, mit denen, damit habe ich nicht gerechnet, dass sie den jetzt ansprechen und dann wird er halt kurz erstellt. Das heißt, ich nehme mir da einen Namen raus und bastle mir den kurz im Kopf zusammen und dann hat man ein NPC. Das Weitere entsteht dann eh in der Interaktion mit dem Spieler. Tipp Nummer drei ist, so Standard-MPCs ausarbeiten. Wenn man schon ein erfahrener Spielleiter ist, dann hat man die meistens schon im Kopf. Was ist für mich so ein Standard-MPC? Das sind ein Bauarbeiter, ein Obdachloser, Polizist, Taxifahrer, jemand aus dem Rotlichtmilieu, Türsteher. Das sind alles Charaktere, die man immer wieder brauchen wird. Da kann man sich mal grob ein paar überlegen, dass man sagt, okay, man hat vielleicht einen mürrischen Polizisten, man hat einen freundlichen Polizisten, man hat den Anfänger, man hat den alten Hund, der das halt schon lange macht. Und dann hat man schon mal vier Polizisten im Kopf, wo man sagen kann, okay, mit welchen davon möchte ich jetzt rausziehen und die Spiele damit konfrontieren. Wenn man so ein paar NPCs sich mal ausgearbeitet hat, auch vielleicht schon mit Werten irgendwo aufgeschrieben, das muss nicht bis ins Detail sein, sondern die Basiswerte, die man halt braucht, irgendwie Aufmerksamkeit, was hat der für eine Willenskraft, was für eine Schwierigkeit, also wie schwer ist es, den zu überzeugen, zu überreden. Und dann kann man so ein NPC einfach rausziehen, wenn man ihn braucht. Ganz oft ist es dann nämlich so, die Spieler sind irgendwo und einer kommt auf die Idee und sagt, okay, ich rede jetzt mal, ist da irgendwo ein Polizist, ist da irgendwo jemand, der auf der Straße lebt. Und das kann man dann aufnehmen und sagen, okay, ja, da ist jemand, der heißt so und so, Namensliste, hast schnell Namen, du hast deinen NPC schon irgendwo ausgearbeitet, nimmst den her und dann kann er mit ihm interagieren und dann merkst du auch, in welche Richtung der Spieler abzieht und kannst dir überlegen, ob du da mitgehst oder eben nicht. Dann der vierte Tipp, Spieler in das Worldbuilding mit einbeziehen, kann man auch während der Runde machen, dass man sagt, okay, wie heißt der denn, er geht in irgendeinen Laden rein, fragt den Besitzer, er sucht irgendeinen Laden, okay, was für einen Laden suchst du da. Manchmal kommen Vorschläge von Spielern, die sagen, der Laden heißt so und so, dann nennst du den Laden so, nennst den Besitzer so. Manchmal entsteht da auch eine lustige Geschichte am Tisch, wo drei Leute, drei deiner Spieler kreativ sind und auf einmal hast du irgendwie Tante Herrietta, die ein Schokoladengeschäft hat, das ist schon seit 20 Jahren betreibt und in ihrer Freizeit Pokerspielerin ist. Warum nicht? Dann gibt's die und ich wette mit euch, dass wenn ihr sowas mit aufnehmt, dass die Spieler öfters bei Tante Herrietta Schokolade kaufen werden, weil sie das einfach cool finden, weil sie sich damit eingebracht haben und damit einen ganz anderen Bezug schon zu diesem NPC haben. Da ist mir gerade noch eine Sache eingefallen und zwar den Spielern Raum geben. Das heißt, dass wenn ich eine Szene beschrieben habe, ich nicht gleich weitergehe zur nächsten Interaktion, die passiert, sondern auch mal abwarte und die Spieler kommen lasse. Das heißt, bewusst mich mal ein bisschen zurücknehmen, schaue, kommen von den Spielern Impulse, kommen keine, dann mache ich weiter, kommen welche, dann nehme ich die eben auf. Also das ist noch so ein Hinweis, um sich das Improvisieren ein bisschen leichter zu machen, da man hier ja auch auf den Input von den Spielern angewiesen ist. Wenn ich eine Spielergruppe habe, die keinen Input liefert, dann wird das auch nichts, weil dann kann ich auch nicht improvisieren um die Spieler rum, dann bin ich eher beim Railroad-Abenteuer. Ja, und ich würde sagen, das waren jetzt schon mal die Basics, also Name Generator, diese Standard-NPCs rausgearbeitet haben, Spieler am Worldbuilding beteiligen lassen und für den Anfang eher ein kleines Setting wählen, was man dann langsam ausarbeitet. Man kann auch in der Stadt mal anfangen, in einem Stadtviertel, in einem Stadtviertel sagen, okay, wir spielen mal da und das dann nach und nach größer machen. Wenn jetzt meine Spieler in Land of Shadows sagen, sie wollen von New York nach Lateinamerika fliegen, warum auch immer, weil sie Bock drauf haben, dann würde ich auch sagen, okay, dann machen wir das bitte beim nächsten Mal oder wir müssen hier einen Cut setzen, weil ich dann die Teile, wo ihr hinfliegt, erstmal noch ausarbeiten muss. Oder man setzt sich mit den Spielern hin und sagt, dann lasst uns das Gebiet erstmal ausarbeiten. Was brauchen wir alle, alles dort, was gibt es da? Dann kann man das auch mit den Spielern zusammen machen. Dann würde ich sagen, einfach mal ausprobieren. Es ist auch kein Problem, wenn man in der Runde mal da hockt und sagt, damit habe ich nicht gerechnet, das muss ich erstmal überlegen. Passiert mir immer wieder. Die Spieler haben damit keinen Stress, weil sie sehen, okay, der befasst sich mit den Impulsen, die ich damit reinbringe. Dann gebe ich ihm jetzt halt mal zwei, drei Minuten oder fünf, wo er sich kurz überlegen kann, wie das jetzt in die Story passt und dann geht es auch wieder weiter. Oder wie schon eingangs gesagt, ob Railroading, Sandboxing, irgendwo dazwischen. Der Spielstil muss zur Gruppe passen. Das heißt, wenn Spieler und Spielleitung sich einig sind, dann wunderbar. Dann sage ich an der Stelle, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr mehr von solchem Inhalt wollt, gerne den Kanal abonnieren und nur über den Daumen nach oben würde ich mich freuen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Macht's gut, bis dahin. Ciao.